Das Konzeptwerk ist ein Verein, den wir hier gemeinsam gegründet haben in Leipzig. Wir entwickeln und verbreiten Konzepte für eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft, weil die aktuelle Wirtschaft ist das ja alles nicht. Wir wollen Leute ermutigen, darüber zu diskutieren, wie das anders laufen könnte, wie es besser laufen könnte. Einfach Alternativen aufzeichnen und über Alternativen diskutieren, um diesen Eindruck aufzubrechen, dass keine Veränderungen möglich sind in diesem System. Zum einen beschäftigen wir uns damit, was sind wichtige Forderungen an die Politik. Zum anderen beschäftigen wir uns damit, was gibt es bereits an gelebten Alternativen, welche Visionäre tüfteln und werkeln schon längst an einer neuen sozial-ökologischen Welt und sich davon inspirieren zu lassen und zu wissen, es gibt diese anderen Wege und das Ganze auch positiv besetzt wird, so eben mit Geschichten des Gelingens, die Spaß machen. Also im Moment arbeiten hier so 10 bis 15 Leute. Insgesamt haben aber, glaube ich, schon 50 Leute mitgearbeitet. Einige haben zusammen studiert oder waren schon vorher befreundet oder kennen sich auch von politischer Arbeit. Ja, also einer der Schwerpunkte unserer Arbeit ist es, Akteure zu vernetzen und Bündnisse zu schmieden und auch Projekte mit ganz verschiedenen Organisationen durchzuführen und zu entwickeln, weil wir eben glauben, dass für so einen umfassenden Wandel der Wirtschaft, wie wir uns ihn vorstellen, man da gar nicht genug verschiedene Konzepte und Perspektiven haben kann. Wir arbeiten auch eng mit sozialen Bewegungen zusammen, vor allen Dingen der Postwachstumsbewegung und der wachstumskritischen Bewegung. Ein ganz großes Projekt war die vierte internationale D-Growth-Konferenz, die hier in Leipzig stattgefunden hat, 2014, die mit über 3.000 Teilnehmern unheimlich groß und unheimlich bunt war und wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Menschen aus der Zivilgesellschaft und PraktikerInnen aus alternativen Wirtschaftszweigen zusammengekommen sind und sich ausgetauscht haben über ihre Erfahrungen, aber auch über Visionen und Probleme einer D-Growth-Gesellschaft. 2015 haben wir dann auch mit zum Basisdemokratischen Organisationskreis die Sommerschule zu Klimagerechtigkeit und D-Growth im Rheinland organisiert. Dann haben wir eine Woche lang Alternativen gelebt, zusammen das Camp organisiert, ganz viele Bildungsveranstaltungen gehabt. Da ging es darum, die Erkenntnisse von der D-Growth-Konferenz zu vertiefen und praktisch werden zu lassen, konkret um das Thema Braunkohle, weil Braunkohle einer der klimaschädlichsten Energieträger der Welt ist und Deutschland der Produzent Nummer 1 weltweit. Die Bildungsarbeit des Konzeptwerks Neue Ökonomie besteht aus unterschiedlichen Modulen, zum einen aus Schulprojekttagen, aber auch aus außerschulischen Workshops. Wir machen Vorträge, mehrtägige Seminare, die im Sommer stattfinden zu unterschiedlichen Themen. Und wir entwickeln auch ganz konkrete Methoden zur sozial-ökologischen Transformation, die wir der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wir stellen alternative Formen des Wirtschaftens vor, in denen ein anderer Umgang gepflegt wird zwischen Menschen, reflektieren dann auch, was das für die Individuen bedeutet. Und das alles zielt im Prinzip darauf ab, junge Menschen zu befähigen, am Diskurs über sozial-ökologische Wirtschaften teilzunehmen und aktiv zu werden. Unsere Finanzierung ist auf drei Säulen aufgestellt. Zum einen sind das die Spendengelder und Fördergelder, die wir bekommen. Die zweite Säule sind die Honorare, die wir aus Vorträgen, aus Seminaren oder beispielsweise aus Workshops bekommen. Und nicht zuletzt sind die Einnahmen, die wir aus Fördermitteln erhalten, wichtig für uns. Das sind Einnahmen, die wir dadurch bekommen, dass wir Projektanträge schreiben und genehmigt bekommen bei beispielsweise Stiftungen oder Ministerien oder Ähnlichem. Für mich ist das Konzeptwerk eine andere Form zu arbeiten. Dass alle das einbringen können, was sie irgendwie einzubringen haben und es sehr viel offene Diskussionen gibt. Wir wollen einen gemeinsamen Ort haben, den wir gestalten und so machen, wie er für uns stimmig ist. Unser Wirtschaftssystem zu verändern und die Gesellschaft, ohne sich dabei selber kaputt zu machen. Weil wir uns anhand unserer Bedürfnisse bezahlen und nicht danach, wer welche Funktion hat oder wie lange man schon dabei ist oder so. Basisdemokratisch, mit Zeitsouveränität, ökologischen Maßstäben entsprechend sehr sozial miteinander umgehen. Für mich ist das Konzeptwerk ein Ort, in dem ich mein politisches Engagement verwirklichen kann. Ich kann mich hier einsetzen für eine Welt, die vielleicht besser ist, als die jetzt ist. Ich würde es, wenn ihr seid und krank wahnsinnig geschrieben habt. Untertitelung des ZDF, 2020